Ähm, Priscales, findest du nicht auch, dass irgendwas in der Stadt komisch ist? Sind das Zombies? Priscales, sind das Zombies? Wenn du siehst, das mit deinen Augen... Ich glaub schon, dass es Zombies sind. Und du? Ja, mein dummer Gesicht sieht aus wie Zombies. Ich seh nicht nur Zombies, ich... Ich seh nicht nur Zombies, ich seh sehr viele Zombies. Wir müssen bei mein Bees gehen. Schnell. Nein! Ich kann nicht mehr steuern! Schnell weg! Wir gehen bei mein Bees. Schnell weg hier! Was geht jetzt? Was ist das denn? Kumpel, das sind so viele Zombies! Komm! Warte! Ja! Ja, ich hab dich hier aufgemacht! Oh! Okay, komm hier rein! Okay, komm hier rein! 99.000 HP! 99.000 HP! Ähm, Kumpel, ich greif grad den Boss an! Der hat 99.000 HP! Und wieso hat der Boss 99.000 HP? Ja, ich hab ihn drin, nun! Und wieso hat der Boss 99.000 HP? Hast du Video Games gespielt? Ähm, hast du eine Idee, wie man den killt? Ähm, Kumpel, glaubst du, dass wir überleben werden? Ähm, Kumpel, glaubst du, dass wir überleben werden? Ähm, kann ich nicht mehr los! Ich glaub, wir werden sterben! Und was ist das für ein Monster? Ha! Kumpel, geht's dir gut? Ja! Oh, das ist der Boss! So ein Stattwerk! Oh, gut! Ah! Hilfe! Schnell! Nahkampf! Im Nahkampf bin ich sehr gut! Hilfe, ich werd grad sehr gut gedaunt! Kumpel, ich hab nur noch 140 Moni! Ansonsten muss ich mit meiner Sniper schießen! Das heißt, wir müssen jetzt jeden Schuss treffen! Wir müssen jetzt jeden Schuss treffen! Oder wir müssen auch mit Kistel schießen! Ich hab keine Pistel! Ich bin wieder unterhalten! Was ist das? Was ist das? Schnell, schnell, weg! Der Boss darf nicht zu nah kommen! Wenn der Boss zu nah ist, schießt er entweder Feuer oder er daunt uns mit einem Schwert! Keine Muni! Ich hab keine Muni mehr für meine Waffe! Ich muss jetzt mit meiner Sniper schießen, Kumpel! Wir haben auch Namen! Ja, aber du bist mein Kumpel! Wir müssen zusammenhalten! Ich bin viel kleiner zu sein! Bitte? Der hat, der, der hat kein... Junior! Ich bin Junior! Hör mir mal zu! Der hat keinen Kopf! Hilfe, ich wurde geflammt! Alter! Wir müssen abhauen, schnell! Wir können ihn töten! Wir müssen ihn töten! Wir müssen ihn töten! Wir haben keinen anderen! Ich hab nur noch 120 Schüsse! Das ist voll wenig! Das ist gefühlt gar nichts. Ich muss gleich mit Nahkampf kämpfen. Ich habe nur noch 40 Schüsse. Hör mal zu, Kumpel, ich habe nur noch 20 Schüsse. Kumpel, hör mir zu, ich muss jetzt mit Nahkampf angreifen. Hör mir mal zu, mein Kumpel. Hör mir mal zu, Kumpel. Ich habe Amor, die beschützt mich sehr gut. Hast du auch gute Amor? Ich habe die dritte. Okay, ich habe die letzte. Die letzte? Kumpel, meine Amor ist fast weg und der greift mich an. Ich habe fast keine Amor. Der kommt mir immer näher. Schneller Amor, schneller, schneller. Schneller Amor, schneller, schneller. Was glaubst du, dass ich mache? Schätze. Nicht mitgeschmert. Ich muss den jetzt über Nahkampf angreifen. Ich riskiere gerade mein Leben. Scheiße, ich habe keine Amor. Scheiße, ich habe keine Amor. Mein Leben. Kumpel, meine Amor muss aufladen. Kumpel, meine Amor. Ich habe keine Amor. Kumpel, ich habe keine Amor. Ich werde das nicht schaffen. Okay, ich habe wieder Amor. Ich hau mich da jetzt rein. Scheiße, keine Amor. Keine Amor. Kannst du dich kurz um den kümmern? Ich lade gerade meine Amor auf. Und? Wie viel Leben hast du und wie viel Amor? Ich habe nicht alle Amor, aber ich habe alle viel. Alter. Kumpel, Kumpel, Kumpel. Was, was, was? Denkst du, wir überleben das? Nein, guck mal. Du, 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 du. Hörst mich. Irgendwas macht er. Ja. Ah, so viel Skeletons. Wirklich jetzt. Ich habe sehr viel Amor. Ich auch. Meine Amor geht aber auch sehr schnell runter. Okay, mindestens jetzt muss ich abhauen. Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like, Abo, Glocke. Ich glaube, wir schaffen das bis das letzte Mal. Ja, und ich mache jetzt auch die Aufnahme aus, weil er hat noch 40.000 HP. Und, Leute, ich will euch was sagen, was selbst Piscales nicht weiß. Ich werde demnächst ein neues Projekt machen, wo ich eine Lego-Stadt bauen werde. In echt. Piscales, ich starte, ich starte bald ein neues Projekt, wo ich eine Lego-Stadt baue, Leute. Aber erst bald. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Und tschau.